Hallo, vor uns haben wir die Pfizer Aktie, das ist der Tagesschart, wir befinden uns derweil in einem Trendkanal, das sieht Richtung aufwärts aus. Ich sehe hier derweil noch eine Erholung, dass die Aktie weiter wieder runterfällt, in einem Kanal, so wie hier, schaut euch an, so wie hier, kurze Konsolidierung bildet, auch hier und dann versucht wieder aufzusteigen. Natürlich selbstverständlich kann er auch gleich aufsteigen und den Kanal hier brechen, dann wäre es natürlich noch mehr interessanter, aber ich sehe so wie die Formation hier, dass die Aktie mehr ein Trendkanal abwärts bilden wird, bis zur Trendlinie da unten, zur Unterstützungslinie und dann versucht eine Konsolidierung oder eine Formation bildet und weiter wieder aufsteigt. Ja, das war's, danke vielmals.